Oh, ich muss nur sagen, bin hier ein bisschen nervös. Weiß ja auch nicht, wie das Spiel so vom Schwierigkeitsgrad her ist. Also, jep, genau. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass man sich während man schläft hier. Ach, gut zu wissen. Komm, hier hoch. So. So, dann gucken wir doch mal rum. Wieso schießt da schon einer? Hä? Na gut, den haben wir schon mal erledigt. Hier ist irgendwo einer. Weiß noch nicht genau, wo. Da oben. Ha! Ich bin so ein Meisterschütze. Und auf Körper sind die auch instilliert. Ich mag das Scharfschützengewehr. Wow! Was ich mich verarschen, du Hure? Es brennt hier alles. Aber ich glaube, ich habe... Äh, ja. Erledigt sich wieder auf. Das war ja mein... Aber cool. Erledigt. Läuft gut. Läuft gut. Ich mag das Scharfschützengewehr. Da war noch jemand, oder? Weiß ich jetzt nicht genau. Doch, da war was. Da, 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 da. Ich denke, den habe ich getroffen, oder? Das habe ich getroffen. Ich werde mal... Da hochgehen. Tauch ruhig. Ja, okay. Macht aber irgendwie gerade Spaß. Auf jeden Fall. Mal nachladen hier. Und ich glaube, solange ich hier drin bin, spawnen die auch nicht nach. Das fände ich sehr, sehr, sehr beschissen. Okay, hier ist noch nichts. Ein Diamant. Ich speichere mal. Spiel speichern. Ja. Gut. Tu das. Moment, was steht denn da? Äh, was stand dabei? Äh, äh, äh. Den Polizeichef ausschalten. Während Rowan Clyde den UFL-L-Konvoi überfällt. Okay. Cool. Rowan. Rowan. Da würde ich auch gerne rüber. Geht das? Ich glaube, ich habe hier schon ganz gut aufgeräumt. Mensch, ich bin ja Pro. Und ich mache das Scharfschützengewehr. Und jetzt. Das Tod läuft. Irgendwas läuft hier. Nee. Komisches Motorgeräusch. Höre ich. Ja, danke. Genau. Ah, Muni, Muni, Muni. Gut, gut, gut. Gut, dass wir den Scharfschützen fertig gemacht haben. Oh, und eine perfekte Scharfschützenstation. Station. Ah, ich glaube, das bringt... Ja, das bringt... Das habe ich schon mal gemacht. Das bringt, ähm... Healing. Das ist ja echt cool, dass alle schon tot sind. Ich hätte gedacht, hier sind eben so. Aber es ist gut. Spiel, brauchst du nicht anpassen. Ist der hier? Der ist hier sogar. Ist das Musik oder ist das ein Motor, der da läuft? Ich bin mir da echt gerade unsicher. Oh, ich habe voll Muni. Außer davon will ich noch einen mitnehmen. Speichern wir schon mal. Ja, ich bin ein Mensch, der sehr oft speichert. Das mache ich in jedem Spiel. Kurz die Synchronität wiederhergestellt. Falls der noch nicht schlecht war. Ich muss jetzt den Polizeichef töten. Ich bin ihr Boss und sie tun, was ich sage. Sonst bringe ich Schande über sie und ihre Familie. Was fällt Ihnen ein, so mit mir zu reden? Sie können froh sein, dass Sie mir im Moment nicht gegenüberstehen. Redet der mit mir, oder? Soll ich den töten? Ich habe einmal nicht hingeguckt. Und dann hat er das gemacht. Finde ich sehr cool. Und der Schlipfer um ein Fahrzeug erweitert. Oh, ich muss ihm helfen. Hier ist irgendwo ein Diamant. Okay, das ist cool. Das finde ich cool vom Spiel, dass sie das so eingebaut haben, dass wenn ich ihn gerade nicht bedrohe. Dass die mir dann... Wo ist hier der Diamant? Da, 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 da. Hier irgendwo drin. Hier in der Richtung. Hier hinter. Wo ist der jetzt? Da oben ist er. Na geil. Und wie komme ich da hoch? Kann mir das mal anders sagen? Aha. Schon gesehen. Ja. Hoch. 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 Ich muss mal die Granaten umschalten, so. Komm. Mach auf. Ja. 46 haben wir. Cool. Und jetzt müssen wir hier diesem Vollspaster helfen. Weil er es ja nicht alleine hinkriegt. Man gibt ihm eine Aufgabe und er macht es einfach nicht. Wo ist denn das hier? Ja. Komm, dann mache ich jetzt einen extra Aufnahmestopp. Das, da können die ruhig beibleiben. Und, äh, ein Part muss ich, müsste ich jetzt noch aufnehmen. Also ich nehme dienstags, äh, immer eine Stunde auf. Und, äh, rendere das dann so in der Woche. Irgendwann. Aber noch habe ich genug Parts. Das ist eine ganz gute Technik, wenn man einmal in der Woche eine Stunde aufnimmt, dann hat man immer genug Parts. Das hier über die Brücke müsste ich. Und dann, äh, ne. Ich gehe hier runter. Na, cool. Kann ich die beide erwischen? Oh, das wird jetzt ein Test. Das wird jetzt ein Test. Ich speichere vorher, falls ich das irgendwie... Ja, 12 Prozent. Juhu. Eine Mission gemacht und schon 12 Prozent. Das ist ja echt nett. Und? Ah, komm, die muss da irgendwie nebeneinander stehen. Hintereinander. Mein ich. Komm, muss ich mir nochmal in das Bett eine bessere Position suchen. Yo! Zwei auf einmal. Richtig cool. Richtig cool, Leute. Äh, der hat getroffen. Das finde ich richtig, richtig cool. Der pfeffert ja dann richtig schön durch. Äh, oh, der lebt. Doch noch. Der hat sich nur weggeschmissen. Oh, Mann. Das finde ich richtig, richtig cool. Wenn das so wär. Jo, dann wär das richtig stylisch. Dann würd ich das versuchen, so oft wie möglich zu machen. Muni. Muni, 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 Muni. Ja, okay, Muni. Nix. Hier. Oh, dann. Doch. Komm, da war Scharfschützengewehr, Muni. Ah, ne. Das war zum Wechseln der Waffe. Was ist denn dieses komische Radarzeichen? Müsste ich auch mal nachgucken. Eine Radarantenne. Vielleicht kann man die irgendwie, äh, als Nebenquest versuchen zu zerstören. Das können wir eigentlich auch mal eben machen. Cool, Tiere. Aber die tun wir nix daran. Würde ich keine Munition verschwenden. Das ist cool. Richtig cool. Wär cool, wenn es hier auch so Löwen gäbe. Also gefährliche Tiere. Keine Wache. Ist ja nicht mehr feierlich hier. Da oben ist was. Habt ihr schon gesehen. Wo ich mir jetzt erstes. Ja, los. Kletter. Klettert ist ja wie ein kleiner Affe. So. Noch ein Diamant. Das läuft ja ganz gut mit dem. Und. Ich will. Wetten, das geht nicht, weil ich in der Mission bin. Puh. Wetter halt nicht. Ich wollte euch auch nur helfen. Ich muss da einmal rum und leider ist da auch noch ein Wachposten. Den sollte ich vielleicht ausscheiden. Ich werde mal, äh, wir werden mal gucken. Ich glaube, da nehme ich euch auch mit. Ähm. Was dieses komische Radarzeichen-Dings-Dings-Da-Booms-Da-Ist, ähm, das kann man wahrscheinlich machen, wenn keine Mission aktiviert ist. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich denke, das ist der Konvoi. Die schießen nicht auf mich, die schießen auf Rarum. Oh Gott, ich speichere mal hier. Wie oft ich hier schon gespeichert habe. Bei Mass Effect 2 zählt ja die Speicherstände. Ich glaube, ich habe 150 Mal gespeichert. Manchmal auch nur ein paar Schritte gemacht. Und dann speichere ich euch auch sofort wieder. Das wäre jetzt eigentlich... Ja, komm. Das lade ich, das lade ich. Ja, wenn ihr das scheiße findet, dann ist das auch so. Und, äh, ja. Ne? Genau. Aber eigentlich fand ich, der war schon irgendwie getroffen. Ist ja nicht so wie bei Crysis, dass immer der Helm gleich wegfliegt. Machst einen Headshot, ja toll. Ist der Helm weg. Erstmal. Mehr bringt ihr das noch nicht. Und hier bräuchte ich eigentlich eine Schnellfeuerwaffe. Das wäre echt... Besser. Nein. Gut zurückziehen, zurückziehen. Wie werfe ich eine Granate? Macht er gerade nicht. Ja, und du hast schon wieder einen Fehler, ne? Heal dich. Heal dich. Heal dich. Heal dich. Oh, Mann! F6, F6, F6. So, es lädt er. Oh, Mann. Er hatte diesen scheiß Ladefehler. Ich brauche, ähm, unbedingt eine Schnellfeuerwaffe. Das werde ich jetzt noch nicht machen. Das mache ich später. Offscreen. Hol ich mir eine. MP oder so. Machen wir das jetzt erstmal anders. Versteck mich hier oben. Ah, der hätte ich getroffen. Entschuldigung, wenn ich gar nicht rede, aber... Bin hier auch sehr konzentriert. Ja. Sie dürfen auch gleich Granaten. Das muss ich kurz in den Optionen nachgucken. Steuerung. Äh, Aktion. Ähm, ähm, keine Ahnung. Nein. Nein, Junge. Noch nicht ganz raus. Verschiedenes. Granate werfen. Kuh. Gut zu wissen. Ich glaube, ich zünde das mal an. Kurz nach. Gut, den haben wir erwischt. Und die erwischt uns. Warum, wo sind die hier überall? Und jetzt hör auf. Alter, ey. Na, komm, Sniper. Yep, funktioniert. Kommt zu dann. Das ist ein Molotow-Cocktail. Und nicht irgendwie, was weiß ich. Marianne, auf Nahkampf, Sniper. Komm, einmal healen. Heal die schneller. Das ist ein Molotow-Cocktail. Das ist ein Molotow-Cocktail. Das ist ein Molotow-Cocktail. Das ist ein Molotow-Cocktail.